Du möchtest überzeugender werden und Konflikte erfolgreich lösen? Ich habe in meinem Leben schon mit Geiselnehmern und zutiefst zerstrittenen Parteien verhandelt. Die Taktiken, die ich dabei anwende, funktionieren auch hervorragend im privaten Bereich. In der Partnerschaft, mit Kindern, Vorgesetzten, beim Auto oder Hauskauf. In diesem Kurs lernst du, wie sich gegenläufige Interessen in Lösungen verwandeln lassen. Anhand vieler Fallbeispiele wirst du Schritt für Schritt sehen, wie auch du in Zukunft in schwierigen Situationen überzeugen und deine Ziele erfolgreich durchsetzen kannst. Mein Name ist Thorsten Hofmann und ich begrüße dich bei Meet Your Master. Untertitelung des ZDF für funk, 2017